Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den neuen ID.3, also um das Facelift. Neue in Anführungszeichen ein bisschen. Und zwar wollen wir uns das mal anschauen. Der ist jetzt im Konfigurator drin. Es sind auch die neuen Bilder drin. Es ist der neue Preis, also unter 40.000 drin. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Volkswagen hat ja immer sehr viele Sachen, die man nachkonfigurieren kann. Und Pakete, einzelne Konfigurationssachen und auch Pakete wie Plus-Pakete, normale Pakete und so weiter. Ist manchmal ein bisschen kompliziert, wobei, also ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Deswegen ist es für mich jetzt nicht mehr so kompliziert. Aber ich sage mal so, wenn man es das erste Mal macht, dann mag das schon etwas viel sein. Aber wir schauen uns an, wie der Konfigurator gestaltet ist und so weiter. Und so ein bisschen auch so, ich sage mal, das Wunschfahrzeug. Was will man haben? Was sollte man nicht weglassen? Und was kann man vielleicht getrost weglassen? Also gut, das ist ja auch immer Geschmackssache. Und ein bisschen so dem Anspruch des eigenen, ja, dem eigenen Anspruch geschuldet, was man denn wirklich haben möchte und was nicht. Aber schaut mal selbst rein. So, dann schauen wir mal hier auf der Homepage von Volkswagen. Ihr könnt es ja jetzt sehen. Und der neue ID.3, ich habe es hier gerade gezeigt schon, 39.995, knapp unter 40.000. Aber das war ja das Ziel, das wollte man. Man kann gleich schwenken zur großen Batterie. Da kostet er aber schon, ja, natürlich mit mehr Serienausstattung 47.595. Und ganz ehrlich, nach meiner Erfahrung, ihr habt es ja gesehen, ihr habt es miterlebt, wenn ihr schon länger dabei seid. Wenn ihr neu seid, ja, ich bin schon über 30.000 Kilometer gefahren. Und die 58 Kilowattstunden Batterie ist für mich völlig ausreichend. Ja, aber das ist natürlich auch so, dass, ja, dass ich dann auch jemand bin, der sich vor 10 Minuten mehr Pause nicht scheut, sondern ich empfinde das eigentlich als relativ entspannend. Also schauen wir mal. Hier haben wir erstmal die Serienausstattung. Und da können wir halt sehen, was gibt es denn schon. Also es gibt eine Dachleiste, Lufteinlässe, Schweller in Kontrastfarben. Es gibt hier schon drei Rücksitze. Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, Umklapper mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit. Also das war vorher keine Serie, weil ihr könnt es in meinem Auto sehen. Guckt euch einfach irgendein Video an, ich verlinke vielleicht mal ein paar hier. Dann könnt ihr ein Video angucken, wo das Auto zu sehen ist. Und dann seht ihr, bei mir ist die Rücksitzbank nicht geteilt. Schon geteilt, aber nicht dreifach und hat keine Durchlademöglichkeit. Also es ist schon mal mehr Ausstattung, als es vorher gab. Infotainment-Displays, Bedienelemente in schwarz eingefasst, Make-Up-Spiegel, Mittelkonsole beleuchtet, Multifunktionslenkrad, Leder-Nachbildung, genau. Es ist kein Leder mehr, das hatte ich euch in einem Facelift-Video schon gezeigt. Pedale in Edelstahl, Playpause ist jetzt Serie. Gab es vorher nicht, ist jetzt Serie. Sitzmittelbahnen, der Vordersitze und der Äußeren- und Rücksitzplätze in Stoffvordersitze mit Höheneinstellung. Wichtig auch Fahrerassistenten. Abbieg, Bremsfunktion und Ausweichunterstützung, Einparkhilfe, Warnsignale bei Hindernissen mit Front- und Heckbereich. Also ist klar, gab es vorher auch. Notbrems, Assistent, Spurhalte, Assistent, Verkehrstechnik, genau. Also hat sich nichts geändert in der Serienausstattung. 4 plus 1 Lautsprecher, lasst euch nicht täuschen, habe ich auch genommen letztes Mal und habe mir gedacht, ja 4 Lautsprecher, also 2 vorne, 2 hinten, einer ist noch irgendwie plus 1, so ein Zapfufer oder keine Ahnung. Ja, nee, täuscht euch nicht, die sind alle vorne. Also das ist nicht ganz so gut, finde ich. Also da sollte man ein bisschen Aufwertung machen. AdConnect, digitaler Radioempfang. Also hier hat sich auch, soweit ich das sehen kann, nichts geändert. Klimatronik, Klimaanlage also auch nichts geändert. Schlüsselloses Starten, Wärbeschutzverglasung, ist alles gleich geblieben. Ja, auch LED-Leuchten und so weiter und so weiter. Also hier hat sich nichts geändert, außer die Sachen, die ich euch gerade erwähnt habe. Jetzt können wir das Ganze mal weiter mit der Konfiguration einmal noch durchspielen. Also ich nehme jetzt mal, ich sage mal, wenn ihr eine andere Farbe nehmen wollt, dann seht ihr hier, als Beispiel jetzt mal blau, dann habt ihr hier einen Aufpreis von 710 Euro oder 9,59 Euro im Monat bei Lease & Care. So, dann geht es schon zu den Rädern. Hier habt ihr standardmäßig die Stahlräder. Ich sage mal so, muss man sich anschauen, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Ansonsten alternativ die Alufelgen, die ich immer genommen habe und da zahlt ihr natürlich auch einen Aufpreis. Oder? Moment, muss nochmal zurück. War aber ein Aufpreis. Ja, war auch ein Aufpreis. 9,25 Euro im Monat oder halt dann die 705 Euro. Interieur. Also hier könnt ihr diese Sitze hier haben, die schon viel besser aussehen, ehrlich gesagt, als meine, muss ich ehrlich sagen. Und ja, Standardsitze, da gibt es natürlich ganz viele Meinungen. Den meisten Leuten reicht das aus, aber es gibt hier noch Komfortsitze, Ergo-Aktiv-Sportsitze und zwar sehen die folgendermaßen aus. Wir machen jetzt mal kurz übernehmen, dann zeige ich euch, das sind die, habt ihr bestimmt schon in den Videos gesehen. Sehr, sehr schöne Sitze gefallen mir, sehr gut, ist mir aber keine 4.180 Euro wert. Das sage ich euch mal gleich, das auf keinen Fall. Also übernehmen, wir nehmen wieder den Standard. Es gibt dann noch Interieurpaket Dunkel, 2.400, kostet das dann 2.500, so. Ist es mir ehrlich gesagt nicht wert für Sitze. Die Sitze sind sehr, sehr bequem und ja, deswegen weiß ich nicht, warum ich das nehmen sollte. Dann 2.680 Euro gibt es Förderung. Die nehmen wir natürlich in dem Paket, dann ein Exterieurpaket und zwar IQ Light. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das IQ Light zu nehmen. Das ist das LED-Matrix-Licht. Das habe ich jetzt nicht gehabt, aber beim nächsten wird es auf jeden Fall dabei sein. Und dann gibt es noch das Exterieurpaket plus Panoramadach. Sehr schöne Sache, gefällt mir sehr, sehr gut, brauche ich aber nicht. Also hier würde ich zum Beispiel auch meine Empfehlung, lasst es weg. Also Panoramadach ist schön, sieht toll aus, aber ganz ehrlich, dafür 3.300 Euro. Meine persönliche Meinung. Alles heute nur meine persönliche Meinung. Nicht aufregen, es ist alles gut. Ihr könnt das nehmen, ihr könnt das auch sehr schön finden. Ich finde es auch sehr schön, aber würde mir nicht reichen. Hier nochmal die Interieurpakete. Habe ich euch schon gesagt, textile Fußmatten, ja, 125 Euro. Das sind die, wo auch ID.3 draufsteht. Die sind sehr schön. Würde ich da zunehmen für 1,69 im Monat mehr, sage ich mal so. Ist das etwas, das kann man sich aber auch überlegen. Wenn man das nicht braucht, kann man sich selber irgendwelche bei Amazon oder irgendwo kaufen. Dann gibt es die Assistenzpaketen. Und zwar gibt es einmal Einpacken durch unsere Rückfahrkamera. Assistenzsysteme erleichtern natürlich den Alltag. Schlüssellose Schließ- und Startsysteme. Das ist so das normale Assistenzpaket. Ich finde aber das Assistenzpaket Plus, habe ich im Moment nicht, aber finde ich ziemlich gut. Travel Assist ist wirklich eine schöne Sache. Ich habe das mal ausprobiert. Sehr, sehr schöne Sache. Ihr könnt praktisch das Lenkrad loslassen. Dürft ihr natürlich nicht, weil der hält sich schön in der Spur. Es ist etwas weniger festhalten am Lenkrad und noch entspannteres Fahren. Den Park Assist Plus ist eine Spielerei. Finde ich sehr nett. Bräuchte ich nicht unbedingt, ist aber dabei. Deswegen würde ich hier immer zum Assistenzpaket Plus greifen. Das hat natürlich seinen Preis. Aber im Vergleich zu den Sitzen finde ich das ziemlich wenig. 2.245. Ja, ich finde es nicht viel, dadurch, dass ich überlege, dass die Sitze vorhin irgendwie 4.000 gekostet haben, weil die dann ein bisschen Massage haben und so. Ja, brauche ich nicht. Aber vielleicht braucht ihr das. Alles gut. Gepäckraumboden herausnehmbar. Kostet nur 80 Euro, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Habe ich erst überlegt, dass ich es nicht nehme, aber würde ich jetzt dann doch nehmen. Komfortpaket inklusive Telematikbox. Das ist für diese Telematikversicherung und so. Weiß ich nicht. Beheizte Vordersitze. Multifunktionslenkrad. Ah, das ist die Zwei-Zonen-Klimaanlage. Müsste man wohl auch nehmen, weil eine Ein-Zonen-Klimaanlage, dann habt ihr ja die Sprachsteuerung dafür nicht. Würde ich nicht darauf verzichten. Ich nehme auf jeden Fall auch die Anhängerkupplung, weil ich habe Fahrräder und die möchte ich gerne transportieren. Wenn ihr das nicht habt, dann lasst es weg. Dann braucht ihr das nicht. Weil einen Anhänger kann man nicht ranhängen. Netzladekabel, Wärmepumpe. Wärmepumpe wird sicherlich auch ein Streitthema sein. Wobei, ich kann ja nicht streiten, weil ihr könnt nicht antworten. Ich kann einfach meine Meinung sagen und ich höre nicht, dass ihr eine andere habt. Schreibt das bitte in die Kommentare, wenn das so ist. Gerne auch. Beschimpft mich. Warum nimmst du keine Wärmepumpe? Was hast du da gesagt? Ich glaube einfach, dass die Wärmepumpe den Preis nicht gerechtfertigt. Der war vorher noch höher. Dann wurde er gesenkt auf 990 Euro. Aber ganz ehrlich, im Winter fahre ich ehrlich gesagt nicht so viele weite Strecken. Ich bin aber ins Sauerland gefahren. Ich bin auch nach München gefahren. Und ich musste nicht mehr laden und anhalten. Stimmt nicht ganz. Ich muss mich gleich auch wieder korrigieren. Ja, ich musste nicht mehr anhalten. Aber ob ich 18 Minuten geladen habe und im Winter 25, keine Ahnung. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass ich die gleichen Ladepunkte hatte. Und ob das jetzt ein bisschen länger war, eine halbe Stunde oder irgendwas, juckt mich nicht. Dafür 1000 Euro auszugeben, ist es mir persönlich nicht wert. Ihr könnt es aber, wie gesagt, anders machen. Netzladekabel für die Haushaltssteckdose. Warum? Also natürlich, es kann vielleicht jemand gebrauchen, der irgendwo wohnt, wo er keine Wallbox anbauen darf. Aber er hat eine Steckdose. Dann ist das natürlich eine super Sache. Dann würde ich es auf jeden Fall nehmen. Oder halt mir ein günstigeres irgendwo anders kaufen. Gibt es bestimmt auch. Also würde ich auch eigentlich erstmal weglassen. Allwetterfußmatten brauche ich nicht. Habe ich ja noch. Ich habe auch noch die Velourfußmatten. Aber muss ich mal schauen. Die stimmt, die könnte ich auch weglassen. Die habe ich nämlich auch noch. Aber gut, das spielt keine Rolle. Die würde ich an eurer Stelle aber auf jeden Fall nehmen. Ich mache sie jetzt hier mal raus, weil ich die noch habe. Aber die 1,69 könnt ihr euch nachher merken. Die dann im Leasing mehr sind. Allwetterfußmatten muss man sich überlegen. Ich habe die. Die sind im Winter sehr, sehr gut. Weil sonst habt ihr da ziemlich, ziemlich dreckige Matten. Ich war neulich spazieren. Da sind wir alle ein bisschen durch den Matsch gegangen. Und dann waren wir hinterher wieder im Auto. Ja, ich habe das immer noch nicht sauber gemacht. Das sieht nicht schön aus. Also muss man auf jeden Fall machen. Gepäckraum, Wendematte, variabler Ladeboden und so weiter. Wie gesagt, mein Zubehör nehme ich ja wieder raus. Ihr Wunschfahrzeug. Was haben wir jetzt hier erreicht? Wir haben jetzt hier 45.210 Euro. Ich sage mal so, das ist nicht günstig. Aber ich habe schon ziemlich viel an Ausstattung. Ich habe sehr, sehr viele Sachen. Im Moment waren irgendwo eigentlich die Boxen. Ja, die habe ich jetzt nicht gesehen. Also falls ihr irgendwo entdeckt habt, dass man ein besseres Soundsystem nehmen kann, dann könnt ihr mir nochmal Bescheid sagen. Vielleicht habe ich das übersehen. Aber dafür will ich jetzt nicht neu konfigurieren. Also meine Konfiguration, wenn ich das machen müsste, wäre 45.210 Euro oder 475,13 Euro. Das ist ganz schön viel. Also ob ich das dann letztendlich wirklich bestelle, das werden wir sehen. Ob ich nicht noch das ein oder andere weglasse, einfach weil es mir zu teuer ist. Aber 45.210 Euro ist für mich aus meiner Sicht gerechtfertigt für dieses Auto. Er hat übrigens jetzt eine Angabe von 423 Kilometer Reichweite nach WLTP. Gut, alles klar. Ihr seht jetzt euer Speicher. Euer Speicher. Speicher? Wie komme ich auf Speicher? Achso, weil mein Speicher gleich leer ist. Ihr seht euer Sparpotenzial. Wo würdet ihr eher was konfigurieren? Wo würdet ihr eher was weglassen? Was ist so eure Wunschkonfiguration? Habt ihr euren ID.3 vielleicht gerade schon konfiguriert? Freut ihr euch schon auf euer neues Auto? Wie ist euer Stand? Habt ihr schon lange einen ID.3? Und was habt ihr von dem, was ich reinkonfiguriert habe, jetzt schon drin? Was wollt ihr später dazunehmen und habt ihr jetzt noch nicht? Also wie gesagt, sowas interessiert mich alles. Ich finde das super, super spannend. Und ich denke auch andere Leute, die lesen sich die Kommentare durch und schauen, hey, was nehmen die anderen so? Und was ist wirklich sinnvoll? Und was haben sie für Erfahrungen gemacht? Alles klar, das war es heute von meinem Video. Heute bin ich ein bisschen am stottern. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und schaltet wieder ein. Nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao.